Was wir in der nächsten Zeit vorhaben mit unseren Adlern ist, dass wir mal unsere Heimat befliegen. Bayern von oben, das ist quasi mein Thema auch für die nächsten ein bis zwei Jahre und da wollen wir sehr schöne Plätze befliegen, zum Beispiel im Nationalpark Berchtesgaden, Schloss Neuschwanstein steht an, in den Allgäuer Alpen gibt es ein paar schöne Spots, aber auch bei uns zu Hause in der Region Bad Tölz, Tigernsee, Isarwinkel, die Benediktenwand im Sonnenuntergang und einerseits wollen wir mit den Adlern Filmmaterial sammeln von Bayern und ein Kurzfilmprojekt über Bayern zusammenstellen, das rein aus der Adlerperspektive erzählt und das zweite Element in diesem Projekt, das ist Fotokunst. Wir werden vom Adlerrücken aus eben auch Fotos machen, wo man aus dieser Perspektive eben wunderschön auch den Adlerkopf im Anschnitt sieht und da ganz besondere Spots in Bayern eben befliegen und bebildern und wir planen eine Ausstellung mit diesen Bildern zu machen und Premiere wird wohl 2020 im Nationalpark Berchtesgaden im Haus der Berge sein.